Zimmer geil. Ja, mein Zimmer ist auch geil. Eins, wenn ihr mein Zimmer mögt und euch auch vorstellen könntet, hier zu leben. Ich stelle euch hier auf dem Boden eine Matratze hin. Ihr könnt da schlafen, leben. Ab und zu kommen Tiere rein ins Zimmer. Schön. Ist schön. Eins aber im Dunkeln. Das ist mega. Kannst ja auch im Dunkeln leben, wenn du willst. Sieht aus wie eine Abstellkammer. Digga, es sieht hier halt scheiße aus, weil ihr Zeug rumsteht. Junge, als würd's in euren Zimmern nie scheiße aussehen. Hier einmal ein paar Kartons rum und ihr seid direkt am Haten. Als wär ich irgendwie so ein Messi oder sowas. Schöne Palme. Danke. Stimmt, die seht ihr ja auch fast nie hier, die Palme, Chad, oder? Wenn's Dunkel ist, sieht man die, glaub ich, nicht. Da hatte gerade kurz anderes Zimmer. Nein, nein, nein. Du, bei Tageslicht, was ist hier los? Ist jetzt aber auch nicht so besonders, oder? Dass hier Licht im Zimmer ist. Oder ist das jetzt... Soll ich offline gehen? Soll ich wiederkommen, wenn's Dunkel ist? Oder was? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja auch nichts dran ändern, Digga. Ihr tut so, als wär ich ein fucking Vampir, der grad zum ersten Mal in seinem Leben Tageslicht sieht. Bist du auch? Ich fühl mich grad so wie im Sabaton und du bist grad aufgestanden. Och, Digga, ja stimmt. Im Sabaton war's auch öfter hell, hier, Chad. Im Sabaton war's auch öfter hell, Digga. Stimmt, ja, ja, ja. Das gibt mir auch ein bisschen Sabaton-Vibes. Jetzt, wo du's sagst...